Ja, halli hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Difi Chroniken. Freunde der Sonne, wir wollen mal gucken, ob wir jetzt dieses weiße Plakat irgendwie bekommen, aber vielleicht auch doch nicht, denn ich werde mich vielleicht jetzt erstmal diesem Rätsel hier widmen. Ich schaue mir das mal ganz kurz an, ansonsten bin ich ja gezwungen oder habe ich es vor, Offscreen zu lösen, damit ich euch nicht damit plagen muss. Ich habe das Gefühl, ich muss nur einige der Knöpfe drücken. Die, die ich drücke, müssen irgendwie zusammengehören. Vielleicht ergeben sie ein Symbol. Nur einige? Ja, das ist ja lustig. Wo soll ich denn wissen, welche? Ihr seid so lustig, wisst ihr das? So, ich steige da halt absolut überhaupt nicht durch. Ich muss halt wahrscheinlich diese Verbindung, dass es hier bis zur Mitte geht, ne? Würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Du hast gewonnen, für jetzt, aber ich komme wieder. Ja, und zwar werde ich das jetzt mal ganz kurz versuchen, Freunde der Sonne, bis gleich. Ich werde euch dann auch erklären, wie es funktioniert oder auch nicht. Mal gucken, wie ich es hinbekomme. Ich werde auch nicht nachgucken. Ich möchte das wirklich selber rätseln. Aber das Problem ist halt, ich möchte nicht 10 Minuten eines Parts verschwenden. Und ich habe teilweise, kann es durchaus passieren, dass ich wirklich 10 Minuten an so einem Rätsel sitze. Die möchte ich einfach nicht komplett damit füllen in diesem Part. Das macht keinen Spaß. Bis gleich. Ah, hier oben hat sich eine Klappe geöffnet. Boah, bis ich verstanden habe, wie das funktioniert, ne? Viertelstunde, da habe ich es erst verstanden. Und als ich es dann verstanden hatte, habe ich dann rumprobiert. Und als ich es dann durch rumprobiert, hatte Nate auf einmal gesagt, ha, so passt das. Also ohne Witz, das war schon nicht von schlechten Eltern oder aber ich bin einfach nur blöd. Aber sowas kann ich auch nicht. Ein verwinkeltes Metallstück. So, da haben wir unser erstes Metallstück. Etwas sagt mir, dass ich das brauchen werde. Da hast du vollkommen recht. Puh, das war schon nicht von schlechten Eltern. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Und zwar kann ich das ja jetzt da reinstecken scheinbar. Genau. Okay. Und wenn ich den drehe... Ja gut, bringt natürlich noch nichts. Aber das hilft mir wahrscheinlich, die Kombination oben für den Eingang zum Schlafzimmer des Erzmagiers zu bekommen. Gut, jetzt finden wir uns das Bild. Wir brauchen immer noch das weiße Bild. Irgendwas muss ich übersehen haben. Flöte. Spiele dem traurigen Clown ein Lied. Versuchen wir das doch mal. Vielleicht fängt er dann an zu lachen. Und dann ist die auch so berührt, der Engel, dass die dann dahin fliegt. Oder so. Vielleicht muntert ihn das ein wenig auf. Das ist schön, Nate. Du bist so ein Menschenfreund. Hm. Scheint nicht geholfen zu haben. Er sieht vielleicht sogar noch ein wenig trauriger aus. Ja, das... Vermutig war es ihm nicht lang genug. Oder zu leise. Oder zu schief und zu schrecklich. Ich meine, du hast unten doch auch so toll gespielt. Kannst du es nicht mehr. Na egal. So. Erschrecke das Schwein. Aha. Was bringt das denn? Aha. Rennt das jetzt da rüber, oder was? Wo ist es hin? Okay. Faszinierend. Aber jetzt sehen wir das Bild vom Engel mal in Nahsicht. Sieht ja äußerst beschissen aus, der Engel. Aber okay. Gut. Das hat irgendwie nicht viel... Hey. Hallo, schon nichts. Es lässt sich nicht... Hm. Ich muss wahrscheinlich das Schwein bis dorthin treiben. Nur dieses Bild führt mich im Kreis herum. Denn es ist ja eine optische Täuschung. Und der läuft dann ja nur im Kreis herum. Das heißt, es läuft gar nicht in das andere Gemälde hinein. Gibt es hier denn noch Gemälde, die ich abhacken kann? Tauschen kann? Nein. Ah! Wenn ich bei solchen Rätseln auch total versage. Solche Rätsel sind eher mein Metier. Das Gemälde, was wir nicht greifen konnten. Was macht er denn jetzt? Ich wollte ihm die Axt eigentlich geben. Danke. Hä? Was soll ich denn jetzt mit rosa Viehhaar? Kann ich auch irgendwie kombinieren. Aber was soll ich... Ach, Pinsel vielleicht. Ich wollte ihm eigentlich die Axt geben. Nimm du. Ja, aber okay. So kann man durch Zufälle auch mal ab und zu einen Lösungsweg finden. Nein. Meine findige Idee war es, dass wir... Nein, ich will das Vieh spielen. Deswegen habe ich ihm ja auch die Axt gegeben, du Nasenbär, du. So, und zwar habe ich doch... Das ist eine Gemälde hier. Ich glaube, das konnte ich mit roher Gewalt ja nicht abnehmen. Und hier in diesen Raum kommt ja auch nur das Vieh rein. Weil Nate schafft es scheinbar nicht. Was weiß auch nicht, warum. So. Das klappt ja so nicht. Ich weiß auch gar nicht, was das darstellen soll. Aber vielleicht klappt es damit. Und es klappt tatsächlich. Ist das schön. So, steckt er sich das jetzt ein? Das ist... Was ist das? Das ist die Erde, oder was? Ui, ein Bild der Erde. Bild des Planeten. Das ist das... Ja, ja, das ist das Bild des Plareden. Mit R. Das Vieh weiß es mal wieder besser. Der kennt sich halt aus. Der hat wahrscheinlich Astrologie studiert. So, dann gehen wir zurück. Tauschen das Bild aus. Und dann scheint, oder hoffe ich mal zumindest, dass der Trick mit dem Schweinerschrecken funktioniert. Dann können wir nämlich unser Bild malen. Dann haben wir schon einen weiteren Schritt zum... Ah, tatsächlich. So, Nate, dann kommst du jetzt mal mit deiner lustigen Zauberflöte daher. Damit meine ich nicht das, was du in der Hose hast, sondern schon durchaus das Musikinstrument. Und wir versuchen es aufs Neue. Wer ist er hier eigentlich in der Mitte? Sieht so ein bisschen aus wie... Ja, ein bisschen bescheuert sieht er aus. Aber ist okay. Das ist Frogger. Ne, wahrscheinlich auch nicht. Ist einfach nur ein Frosch. So, die Erde müsste dich noch so was von dermaßen erschrecken, dass du weiter... Oder was? Oh. Ja. Das ist schon fies, ne? Aber hast du fein gemacht. Ich nenn dich Wilfried. Oder... Oder... Fritz. Fritz ist ein schöner Schweinename. Fritz. Ja, Fritz. Fritz ist schön. So ein Name, der heutzutage kaum noch benutzt wird. Ich werde mein erstes... Ein brauchbarer Hintergrund für mein erstes Meisterwerk. Ja, schön. Ich werde mein Kind Fritz nennen. Mein erstgeborenes. Nein, werde ich natürlich nicht. Damit wäre es wahrscheinlich in der Schule ganz schön gestraft. Ah, da kommt er ja gar nicht durch. Stimmt ja. Warum nehme ich jetzt auch wieder das Vieh? Wir gehen jetzt mit Nate durch das Portal und werden dann uns an einem Kunstwerk versuchen. Wenn ich denn den Pinsel zusammengezimmert bekomme. Aber das sollte nicht mehr das Problem sein. Soweit ich das hier sehe, habe ich alles für den Pinsel. So, erstmal die Leinwand drauflegen. Dann fehlt uns aber noch ein dritter... Äh... Stift oder was auch immer das ist. Da wüsste ich jetzt aber nicht, wo ich den herbekommen soll. Aber das wird sich wahrscheinlich nur herausstellen. So, jetzt kann ich doch hier... Damit konnte ich irgendwas. Das hier rum. Und dann ist es... Ein ziemlich professioneller aussehender Viehhar-Pinsel. Ja, wunderbar. Damit kann ich wahrscheinlich die besten Gemälde malen. So, jetzt geht's los. Oh, die Muse hat mich geküsst. Jetzt bin ich aber gespannt, wie ein Flitzebohr... Ich zeichne die Umrisse grob mit diesem Stück Holzkohle auf die Leinwand. Nun muss ich nur noch die Flasche und die Trauben abmalen. Und zwar nicht zu grob, sonst nimmt das Porträt sie nicht an. Ich soll es selber malen? Uiuiui. Oh! Oh Gott, oh Gott! Ich kann doch so'n Scheiß nicht. Das sieht irgendwie beschissen aus, oder? Ich kann nicht malen. Machen wir hier so'n bisschen... Lalalala, still leben! Lalalalalala, lalalala, 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 lalalala. Das sieht sowas von beschissen aus. Ich kann es kaum glauben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand das appetitlich finden würde. Es ist wahrscheinlich das Gegenteil der Fall. Ich klicke da einfach mal so'n bisschen hin und her. Vielleicht hilft das ja. Das ist künstlerisch sehr wertvoll. Ein Picasso ist nix dagegen, würde ich behaupten. So, hier noch ein bisschen die Schantierungen der Glasflasche. Das muss ja auch alles seine Richtigkeit haben. Das sieht doch beschissen aus, oder? So, hier oben noch der Korken. Das sieht doch... Also, kannst du sagen, was du willst. Aber das sieht doch aus wie, äh, äh, ne? Wie, wie, äh, Abfall. Scheiße, du. So schlimm sieht das gar nicht aus. Das geht ja noch. So. Ja, fertig. So. Fertig. Ist doch schön. Ist doch wunderschön. Tadaa. Fertig. Du erwartest doch nicht wirklich, dass ich diesen Haufen Farbe in den Mund nehme. Ist mir völlig egal, was du damit machst. Ich hab dir eine schöne Flasche Wein und köstliche Traugen gemalt. Ja, wunderschön. Naja, sowas in der Art. Übung macht den... Halbwegs fähigen Schmierfink. Oh, nö. Was ist das denn wieder für eine Aufgabe? Oh, die Mu. Jetzt werde ich gegen Ende nochmal reden. Ich hab die Farbe von... Also nochmal. So, was soll ich... Soll ich nicht so doll aufdrücken, hat er gesagt. So. Ja, was heißt denn nicht so doll aufdrücken? Was will er denn von mir? Ich weiß ja gar nicht, was er von mir will. Das ist ja das Lustige. Und das sieht auch nicht aus wie ein Blatt hier, was ich hier gerade mal. Das sieht aus wie ein Stück Rindervieh. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Das Spiel gibt mir ein bisschen wenig Hinweise, meiner Meinung nach. Oh, das sieht doch lecker aus. Da kriegt doch direkt Appetit, ey. Da hab ich doch direkt Hunger auf so ein leckeres... Leckeres, äh, ne? Hier. Bist du Bescheid. Ja, direkt Hunger hier. Guck mal hier mit den Konturen, wie ich das gemacht habe. Hier die Flasche. Der Flaschenhals. Das ist einfach nur ein Meisterwerk. Das ist quasi... Ich male hier quasi die Mona Lisa als Stillform. Das ist... Ach ja, ich habe die grüne Pflanze hier vergessen. Wahrscheinlich hat er deswegen gemeckert. Er wollte ja unbedingt hier so ein grünes Blatt noch haben, was er essen kann. Weil er auf grüne Blätter steht. Das sieht irgendwie beschissen aus, oder? Kann ich auch was... Oh, scheiße. Jetzt habe ich es vergeigt, ne? Das glaube ich jetzt nicht so toll geworden. Nimmt er das? Vielleicht ist das ja eher so seine... Nach seiner Kranke. Du erwartest es mir für... Ja, toll! Was ist das? Guck mal, solche Aufgaben, ne? Bei solchen Aufgaben denke ich mir auch so. Was... Was willst du... Naja, Übung. Kommt nochmal. Oh, ich habe die Farbe von der Leinwand entfernt mit... Also nochmal. So, hast du jetzt irgendwelche einsteigenden Tipps? Ja, wie genau soll ich das denn jetzt machen? Das ist jetzt eine gute Frage, hä? Soll ich den Tisch etwa auch malen? Ja, weiß ich nicht, ob ich den Tisch auch malen soll. Vielleicht soll ich den Tisch ja auch malen. Das kann ja durchaus sein. Das sieht irgendwie scheiße aus, mein Kind. Sieht das Kacke aus, mein Gott. Nochmal die Musik. Sie spielt nur noch völlig. Doch ich habe doch keine Ahnung. Ich werde das gleich offscreen machen. Oh, jetzt habe ich zu doll aufgedrückt. Seht ihr das? Ja, woher weiß ich denn, weil ich zu doll aufdrücke und war nicht? Das ist doch... Das ist doch Moppelkotze. Ist das doch... Das ist doch... Das ist doch Fissifuss. Fissifuss. Lalalalalalalala. Das ist doch alles. Ich gebe auf, ich mache das offscreen. So, ihr kriegt das gleich zu sehen. Ja, was soll ich euch jetzt stundenlang... Mann, ist das ein Scheißpaar. Ich erwarte doch so eine Käsesalatsoße hier nicht. Ich erwarte doch einfach normale Rätsel. Naja... Bin ja schon ganz froh, dass ich da... Aber ich bin doch kein Maler. Ich spiele doch kein Adventure, um zu malen. Na gut, ich versuche es jetzt nochmal bis gleich. Vielleicht schaffe ich es ja. Ölfarbe Mund zusammen, oder? Naja... Ich kann zumindest erkennen, was es sein soll. Und muss nicht fürchten, dass es etwas schon einmal Gegessenes darstellt. Also schön. Stelle das Gemälde zurück auf die Staffelei. Ich werde mir dann davon nehmen. Wohlbekomms. Und was ist mit dem verwinkelten Metallsteck? Es befindet sich in einem Geheimfach hinter einem Gemälde oben in der Galerie. Dort oben hängen hunderte von Bildern. Es ist unser einziger Menet. Du bist mit seiner Arbeit vertraut? Nicht so richtig. Es ist aus seiner tragisch-ulkigen Periode. Hä? Der Clown. Der weinende Clown. Ah. Du musst ihm ein Passwort sagen. Kuddel-duddel-doing-doing. Was? Kuddel-duddel-doing-doing. Kuddel-duddel-doing-doing. Ich sag euch, das Malen. Wir hatten das eigentlich schon richtig. Es kam gar nicht so darauf an, dass es richtig fein war. Was gefehlt hat, das seht ihr jetzt da. Dieser lila Hintergrund, den musste ich noch malen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er den lila Hintergrund essen wollte. Aber irgendwie macht das für mich keinen Sinn. Seht ihr, wie er jetzt Bier säuft? Äh, ich meinte Wein. So, wir gehen dann ganz kurz hoch und werden den weinenden Clown mal ein bisschen zum Lachen bringen, indem wir sein Geheimnis entlocken. Kuddel-duddel-doing-doing. Pff, was? Das Passwort. Kuddel-duddel-doing-doing. Pff, du hast mit Anistair gesprochen, oder? Pff, du hast mit Anistair gesprochen, oder? Es gibt kein Passwort, oder? Kuddel-duddel-doing-doing. Doch natürlich gibt es eins. Du musst dabei nur noch tanzen und einen grünen Hut tragen. Das bringt ihn um. Kuddel-duddel-tsch. Nun gib mir schon das Metallstück. Irgendwie macht er mir Angst, der Clown. Zu Befehl, König. Oink, oink. Ich mag keine Clowns. Nee. Nate. Manchmal glaube ich, wir sind Brüder, denn ich mag auch keine Clowns. Na gut, dann wollen wir jetzt mal... Warte mal, die eine steckt sogar schon drin. Ich glaube, ich bin fertig. Eine Flirte aus den Ostlanden. Ich habe mal gesehen, wie Magier damit Schlangen zum Tanzen gebracht haben. Ha! Ich komme davon ganz alleine drauf, ohne dass er mir das gesagt hat, weil ich habe jetzt erst... Ach, okay. Ja, super. So, reicht das schon? Na, gucken wir mal. Ja, das hilft mir jetzt auch irgendwie nicht weiter, ne? Ah doch, jetzt sehen wir das Symbol. Aha! Das muss ich mir jetzt merken. So, ähm... Da oben ist so ein Mensch, der so, weiß ich nicht, so ein Strichmännchen-Mensch. Und darunter ist dann dieses Symbol. Das kann ich mir doch... Ich schreibe mir das gerade wirklich auf, weil ich mir doch so einen Käsesalat nicht merken kann. Aber, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, aber ich werde es erst im nächsten Part aktivieren. Dieses kleine, lustige Rätselein. Und dann werden wir wahrscheinlich die Gemächer nach magischen Artefakten plündern. Das wird doch lustig. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Arkus. Auf Wiedersehen.